Entdecken Sie das Kräuterhaus St. Bernhard in Bad Dützenbach. Bei uns finden Sie für Ihre Gesundheit nur das Beste aus eigener Herstellung. In höchster Qualität zu günstigen Preisen. Naturheilmittel, Nahrungsergänzung wie Grünlippmuschelkapseln für Gelenke oder gedächtnisanregende Ginko-Kapseln. Kosmetik, die Aktiv 3 Serie für Sportler und vieles mehr für natürliche Gesundheit und Schönheit. Bei einer Tasse Tee können Sie das angenehme Ambiente im Kräuterhaus St. Bernhard genießen. Hier wird Einkaufen zum Wohlfühlerlebnis. Kräuterhaus St. Bernhard in Bad Dützenbach und Göppingen. Meiner Gesundheit zuliebe.